Als damals der Virus die Eid übernahm, wussten wir nicht, wer uns das werden wird. Jeder fing an, über diese neue Sache zu reden, namens Fortnite. Erst waren unsere Kinder betroffen. Dann erreichte es Stück für Stück auch die Köpfe der Erwachsenen. Und so flohen wir auf den Mars, weg von der Erde, welche verseucht wurde von Fortnite. Doch für die Erklärung, wie es dazu kam, müssen wir zurück an den Anfang. Alles startete damit, dass eine Firma namens Epic Games irgendwann mal auf die Idee kam, Minecraft, die Call of Duty Zombie Modus und Planes with Zombies zu fusionieren. Ein Spiel namens Fortnite Save the World entstand. Seit 2011 arbeitete Epic Games bereits seit diesem Projekt und 2017 kam es dann endlich auf den Markt. Und das war ein ziemlicher Flop. Epic Games war am Boden und so kamen sie auf eine geniale Idee. Einfach das Konzept von PUBG klauen. Spiele wie PUBG oder H1Z1, wovon 100 Spielern nur einer am Ende überlebt, waren nämlich ziemlich beliebt damals. Und so arbeitete Epic Games an einem Battle Royale. Jeder sollte spielen können. Komplett umsonst. Man soll bauen können, es soll kein Blut zu sehen sein. Und haben wir die Leute erstmal komplett süchtig gemacht, können wir ihnen kosmetische Items für Geld anbieten. Und somit kam 2017 Fortnite Battle Royale raus. Und so sollte es beginnen. Das goldene Zeitalter von Fortnite. Wir befinden uns in Season 0. Dieses neue Spiel Fortnite sieht ziemlich winzig aus. Lass uns am Rande der Map landen, damit uns keiner findet, dachte sich wirklich jeder Season 0 Fortnite Spieler. Du findest deine goldene Scar? Du hast das Spiel gewonnen. Aber sei bloß nicht einer der Typen, die zu goldenen Scar rennen, anstatt ihre Teammates wiederzubeleben. Und wenn du dich vor absolut gar nichts fürchtest, landest du in Pleasant Park und spielst gegen andere Spieler. Fußball. Missy, missy, missy. No, 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 no. Du landest zufällig in Loot Lake? Du hast das Spiel verloren, weil's da keinen Loot gibt. Und hast du einmal einen Spieler mit einem Skin gesehen, hast du dich voller Todesangst im Busch versteckt, mit der Hoffnung so deinen ersten Battle Royale zu bekommen. Und auch vor deinem Sieg gab's noch das letzte 1 gegen 1, bei dem beide Spieler mit komplett zittrigen Händen vor dem Bildschirm saßen. Da rennt ja ein Busch. Richtig. Das ist das Einzelsziel. Außerdem ein Pumpkin Rocket Launcher, eine neue Sniper Rifle mit dem Namen Pump Shotgun. Und wahrscheinlich haben hier auch deine Freunde angefangen, das Spiel zu spielen. Und wahrscheinlich jeder andere Mensch auf der Welt. Und neuer Weltrekord. 10 Millionen Spiele. Außerdem gibt es noch mehr Skins zu kaufen. Aber warum Geld das geben? Die wird man doch sicher später eh nochmal kaufen können. Richtig? Das Season 2 ist hier. Und jeder hat Angst vor dem Black Knight-Skin. Und außerdem haben wir die Map ein bisschen verändert. Hier eine coole neue Stadt. Vielleicht landen da ja ein, zwei Leute in der... Holy Shit. Oh, und dieser noch unbekannte Typ hat gerade einen großen Screamer mithilfe von der Bauenmechanik getötet. Tja, Bauen scheinen doch nicht so nutzlos zu sein. Und so entstanden die verschiedenen Arten von Fortnite-Spielern. Erstmal gibt es den Fortnite-Spieler, der meistens einfach nur an einer Stelle kämmt und wartet, bis nur noch einer übrig ist. Dann gibt es den Spieler, der einmal angeschossen wird und ein XXL 5-Sterne-Hotel mit WiFi und Wasserfontaine baut und plötzlich 100 Meter über dir steht. Dann gab es noch die Leute, die kreativ wurden mit den Kills und anderen Spielern Fallen gestellt haben. Dann die Default-Skins, die auch nach dem 10. Spiel immer noch nicht ganz wussten, wo der Schießen-Button ist. Ah ja, und hier ist noch ein neues Item. Damit kann man die Gegner... Oh, und Moment mal. Was ist dort in der Luft? Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es sind vier Leute mit einer neuen Sky-Bash-Strategie. Man baut sich einfach ganz oben durch die Luft, mit der Hoffnung, dass dann keiner entdeckt und am Ende springt man runter. Die Strategie wird sicher keiner nachmachen, oder? Oh, das Video hier hat 23 Millionen Klicks. Ich war zuerst. Das ist meine Strategie. Zwei Screamer entdecken außerdem, dass Raketen auch eine Hitbox haben. Und so wurde der Rocket Ride geboren. One, two, three. Season 3 ist hier. Fortnite ist mittlerweile das meistgeschauteste Spiel auf Twitch und irgendwelche Typen mit Namen wie Kifo, Dakotas und Ninja scheinen ziemlich gut zu werden in dem Spiel und holen ein paar Kills pro Runde. Die neue Season brachte den John Wick-Skin, den gefährlichsten Skin überhaupt, und die Minigun, der erste Counter gegen die Leute, die Bauern zur Haupttätigkeit vom Spiel macht. Irgendein Streamer kommt auch auf die Idee, zwei Shotguns auf einmal zu benutzen. Nun, das ist ziemlich OP. Und das wurde genervt. Aber dafür gibt es hier eine Instant-Base und dazu ein neues Sniper-Rifle ohne Visier für die harten Kerle unter den Spielern. Außerdem ein Missile-Launcher und ein Redditor kam auf die Idee, sich selbst damit durch die Luft zu schießen und plötzlich haben es alle gemacht. Und oh, was steht da vorne? Richtig, ein Lama. Da ist bestimmt nichts Wertvolles drin, außer geführten 500 Items. Die gibt es jetzt übrigens auch in Real Life zu finden. Außerdem gibt es jetzt C4, eine Armbrust, die keiner benutzt und Rauchbomben. Ah, und willst du den Zuschauer Weltrekord auf Twitch sprechen? Dann kombiniere einfach den größten Namen der Gaming-Industrie und den größten Namen der Musik-Industrie und zack, Drake und Ninja streamen zusammen Fortnite. Ein neuer Weltrekord mit 620.000 Zuschauern. Und du fragst dich, was ein guter Weg ist, um an neue Emotes im Spiel zu kommen? Der Boogie Down Contest. Fortnite-Spieler können ihren Tanz auf Social Media posten und mit Adlers Glück wird ihr Tanz im Spiel verewigt. Gefühlt 80% der Einsendungen waren sehr übler Cringe und gewonnen hat dann schließlich irgendeine Tanzgruppe mit einem Standard-Tanz. Doch Reddit, PewDiePie und gefühlt jeder andere Fortnite-Spieler wollten, dass das Orange-Shirt-Kit gewinnt. Epic Games gab nach und das Emote wurde schließlich hinzugefügt. Dann hat die Mutter von dem Kind Epic Games verklagt und naja, das endete nicht so gut alles. Aber C4 kommt bald und womit kriegen wir diesmal die Spieler emotional investiert? Oh, wir müssen gar nichts machen, denn am Himmel schwebt ein riesiger Meteor und er kommt immer näher. Millionen Theorien darüber, wo er landen wird. Hm, die Fortnite-Map sieht ganz schön aus wie Polen, deswegen landet der Meteor sicher in Tilted Towers. Lasst uns alle mit einer Zeremonie Tilted Towers überlegen und jedes Gebäude in der Stadt zerstören und tanzen. Dachte sich ganz Reddit. Kurz bevor der Meteor dann doch schließlich das die Depot traf, aber da landete eh keiner. Das Season 4 ist hier, neue Superhelden-Skins und der Meteor lässt Steine liegen, mit denen man durch die Welt springen kann. Oh, und Thanos ist hier zum Spiel. Warte mal, Thanos? Richtig, der erste Fortnite-Kollab. Lasst uns alle schnell diesen Modus spielen, denn Epic Games wird sicher nicht jede Woche so eine Kollaboration rausbringen. Ah ja, außerdem Bouncepads, viele neue Skins und Jetpacks zum Kämpfen in der Luft. Oh, und was ist diese neue Rakete in der Map? Keine Ahnung, aber Reddit, bitte schreibt Millionen Theorien darüber und wir suchen uns die beste aus. Oh shit, die Rakete startet. Neu ist diesen Golfkarts, Rifts und eine P90, die so OP ist, dass Leute anfangen, zwei davon zu tragen. Man kann jetzt außerdem dem Busfahrer danken und die Leute, die das machten, sind wahrscheinlich heute alles Multimillionäre. Danke, Bus-Dripper! You're welcome. Thank you, Bus-Dripper! Thank you, Bus-Dripper! Thank you, Bus-Dripper! Thank you, Bus-Dripper! Fortnites Einnahmen steigen gerade außerdem um Milliarden und das erste Live-Event auf der E3-Messe findet statt. Äh, haben Kiddies etwa von dem Spiel mitbekommen? Richtig, die große Kinderbälle übernimmt Fortnite und sie sollte die Menschheit für immer prägen. Sieh der Realität ins Auge. Fortnite! Fortnite! In dieser Welt läuft nicht so, wie du es dir wünschst. Ja, ich gebe dir meine 8,5-Schulpräsentation über Fortnite. Die erste Schule in Amerika band Fortnite darauf hin, nachdem ein Kind während einer Schweigeminute den Flossdance gemacht hat. Heute trauern wir alle für die Verstorbenen gemeinsam mit einer Schweigeminute. Auch Deutschland wird von der Fortnite-Welle getroffen. Für Fortnite! Und coole Eltern fangen an, Fortnite-Nachhilfe und Tutoren anzustellen, damit ihre Kinder besser in Fortnite werden. Während manche Eltern gar nicht so viel von Fortnite halten. Spaß am Tötungsszenario, das vielen Eltern Sorgen bereitet. Diskussionsrunden über Fortnite. Fortnite! And it's time to talk to talk! Scammer sehen das als perfekte Möglichkeit, um den Kids V-Bugs-Generatoren anzubieten, im Tausch gegen deren Epic Games Passwort. Fortnite kriegt außerdem einen Stand auf der VidCon und Streamer Ice Poseidon und Sam Pepper kommen auf die Idee, sich in einem selbstgebauten Lama zu verstecken, um sich somit umsonst auf die Messe zu schleusen. Die viel zu starken Waffen im Spiel scheinen doch etwas die Leute zu vergrauen. Wie sollen wir diesen Shitstorm lösen? Einen Würfel namens Kevin. Von allen Lebewesen die hochentwickelteste Spezie. Der sich über die ganze Map bewegt und im Loot Lake landet. Plötzlich schwebt das Haus über dem See und wir sind in Season 6. Außerdem haben wir Zombies hinzugefügt, mit der Hoffnung, dass wir doch noch Lust auf unser totes Spiel Fortnite Save the World bekommen. Und der Quadcrasher. Man kann gefühlt unendlich fliegen damit, genauso wie in Real Life halt. Und falls du 5 Millionen Klicks brauchst, snipe einfach jemanden von dort oben ab. Und Fortnite belebt mit einem neuen Emote im Shop das T-Posing-Meme wieder. Natürlich sind sich die Kids auch hierfür nicht zu schade. Plötzlich fängt die ganze Welt an, Cyberpunk-Simulator zu spielen und zu T-Posing. Erst ist es Boris Johnson, dann machen es Waschbären. Dann gefühlt jeder Mensch in der Stadt und auch das berühmte Halo-Meme wird wiederbelebt. Und was zum Teufel fliegt hier? Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Ja, es ist ein Flugzeug. Kommt aber nicht so gut an, auch wenn es ziemlich witzig ist. Wie wäre es diesmal mit einem neuen Item, was das Spiel komplett ruiniert und die Spielerzahlen noch weiter sinken lässt? Dem Infinity Blade, das Schwert, was nur einer tragen kann, der würdig genug ist. Oder am Schnitz dort landet und dann das ganze Spiel gewinnt, ohne gefühlt irgendetwas zu machen. Sink, 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 sink! Und das ist wieder aus dem Spiel. Als Entschuldigung gibt es diesmal weihnachtliche Skins und Schneemänner. Oh my god! Und ein Creative Mode, in dem Leute Parkourer und ziemlich coole Sachen bauen können. Und damit Kiddies noch mehr Zeit damit verbringen können zu üben, wie man das World Trade Center baut, wobei es nur einen einzigen Schritt tut. Und was passiert eigentlich, wenn man ein Spiel für Kinder, was so ein Hype ist, in ein Spiel für Kinder, was so ein Hype ist, integriert? Richtig. Amongos! 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 Was so steuerbaren Kugeln so tun, als wäre man ein Jurassic Park. Ah, und irgend so ein 16-Jähriger gewinnt 3 Millionen, weil er Fortnite gespielt hat. Und das macht ziemlich große Schlagzeilen. Und so kommen wie immer viel zu spät auch Boomer auf den Geschmack von dem coolen Spiel namens Fortnite! Und sie tanzen Fortnite-Tänze. Yes! Zehn Wege, wie unsere Klasse genauso ist wie Fortnite. Unser Klassraum ist nicht Tilted Tower. Fortnite Jonesy hasst Mobbing. Guck mal, wir tanzen den Fortnite-Tanz, kauft unsere Versicherung. Season 9 kommt, es gibt neue Luftportale zum Gleiten und irgendetwas aus dem Eis guckt uns an. Aber irgendwie ist der Hype weg. Selbst die Profis haben keinen Bock mehr auf das Spiel. We don't really like the game that much anymore. Uh, not gonna lieb. Selbst Kinder haben keinen Bock mehr auf das Spiel. Fortnite sucks, more like Fortnite. Und das Konkurrenzspiel Apex Legends gewinnt immer mehr an Spielern. Und zahlreiche schlechte Fortnite-Kopien kommen auf den Markt, um eine Menge Kohle zu machen. Epic Games sieht das, verklagt die Fortnite-Kopien aber nicht, sondern kopiert einfach die Sachen von den anderen Spielen und fügt sie in Fortnite hinzu. Auf Reddit etabliert sich das Meme Minecraft Good, Fortnite Bad. Und Minecraft überholt Fortnite wieder in den Spielerzahl. Außerdem kann man jetzt Warzone spielen, falls man in Fortnite nicht bereits genug gestorben ist. Epic Games bekommt außerdem einen ziemlich großen Shitstorm, weil sie Tänze von Leuten klauen und diese in ihr Spiel tun, ohne zu fragen. Eine Klage nach der anderen, wegen kopierten Fortnite-Tänzen. Ein Skandal, weil Fortnite zu süchtig macht. Ein Skandal, wegen schlechten Arbeitsbedingungen bei Epic Games. Aber kein Problem, Epic Games hat eine Idee, um die Leute wieder hochzuhalten. Ein riesiger Teddy-Bear-Roboter in einem Vulkan, weil es ist Season X extrem schlecht. Roboter werden hinzugefügt, die viel zu stark sind. Leute fangen an zu protestieren und spielen nicht mehr, bis die Roboter aus dem Spiel sind. Also Leute, willkommen zu meinem Tutorial, wie man den Brut-Roboter kontern kann. Das war's mit meinem Video. Derweil wird Fortnite auf dem Markt komplett ausgeschlachtet. Fortnite Monopoly, finde Jesus durch Fortnite Ninja Nerf Gun. Eine Fortnite Gift Card, sogar mit dem Full Game bei einem Spiel, was free to play ist. Panini Trading Cards, die einfach nur Screenshots aus dem Spiel sind. Sehr nutzlose Fortnite-Strategie-Bücher. Bücher, die man lesen sollte, wenn man Fortnite liebt. Meine lesbische Erfahrung mit Einsamkeit. YouTuber schlachten das Fortnite-Thema komplett aus. Schulsachen können explodieren, wenn sie aus Minecraft oder Fortnite bestehen. Epic Games hat diesmal eine tatsächlich gute Idee. Ein schwarzes Loch verschlingt die ganze Welt und zack, für zwei Tage sah man nur noch diesen Bildschirm, wenn man Fortnite startete. Tja, Zeit für euch, um mal an die frische Luft zu gehen. Oh, die Porn-Absuchanfragen steigen um 9640%. Ups. Und dann kam Kapitel 2, Season 1. Und wow, eine neue Map. Fortnite ist zurück, Leute. Und nach einer Woche war das Spiel wieder tot. In Season 2 wurde dann nochmal versucht, das Spiel wieder zu beleben. Viele Live-Events, die tatsächlich gar nicht mal so schlecht waren. Aber der richtig große Hype konnte nicht wirklich hergestellt werden. In jeder Season kamen irgendwelche Kollaborationen mit Filmen und Spielen dazu. Erst war es Deadpool, dann die anderen Marvel-Helden. Und dann nahmen sie sich das Recht raus, Kratos aus God of War zu beschmutzen. Da siehst du, was sie aus meinem Jungen gemacht haben. Und als sie merkten, sie können eigentlich jede halbwegs bekannte Persönlichkeit hinzufügen, entstanden plötzlich Kämpfe wie Son Goku, der sich mit dem Spider-Man-Netz durch die Luft schwingt, um Itachi mit einem Laserschwert zu töten. Rick Sanchez, du hast meinen ganzen Squad getötet. John Cena, Spider-Man, Ariana Grande. Ich werde dich nicht davon kommen lassen. Skins, die total selten waren, wurden einfach nach Monaten wieder angeboten. Und eine ganze notgeile Subkultur auf YouTube und Reddit entstand um die Füße von Fortnite-Charakteren. Epic Games, bitte macht die Brüste uns den Wut, die Größe. Dazu wurden die Fortnite-Events immer generischer. In Season 8 gab es beispielsweise ein Event, wo die Martin-Luther-King-Rede gezeigt wurde. Ihr könnt euch denken, wie ernst das genommen wurde. Dazu kommt noch die sich ewig ziehende Fortnite-Story, die absolut keinen Sinn ergibt. Fortnite-Spieler sind gefangen auf einer Insel in einer Zeitschleife. Unter der Map bauen Bösewichte irgendetwas, damit der Loop weitergeht. Meteorit schlägt auf die Insel ein. Aber da gibt es hier sieben Superhelden, von denen einer Dwayne the fucking Rock Johnson ist. Der Energiekern der Insel kreiert viele Dinge auf der Map, wie zum Beispiel ein Würfel namens Kevin. Im Eis ist ein Monster, was die Insel terrorisiert. Spieler bauen einen Roboter. Epischer Kampf. Ein Typ namens Jones klont sich ganz oft, weil er die Bösen aufhalten will. Und damit Epic Games mehr Skins verkaufen kann. Plötzlich kommt der böse Galactus aus fucking Fantastic Four und isst die ganze Busse auf und explodiert. Plötzlich kommen Ufos und ein Mothership, in dem die Spieler dann reingehen. Und der Würfel ist auch wieder da. Und der Würfel stirbt. Und der wird wiederbelebt. Plötzlich regnet das ganze Würfel von oben herab. Ein paar komische Events später und die ganze fucking Insel dreht sich einmal komplett um, weil die alte Map komplett boring war. Und die Bösen bauen eine Säule, um Fortnite für immer zu vernichten. Doch die sieben Superhelden bauen noch einen Roboter. Wow, wie kreativ. Der macht die Säule kaputt. Plötzlich. Kernexplosion. Neue Welt. Und hier sind wir heute. Okay, ich gebe zu, ich habe einiges ausgelassen. Aber das ist der momentane Stand des Doku. In den nächsten Seasons gab es tatsächlich dann noch ein paar coole neue Sachen. Dinos, Tornados oder das komplett overpowerte Kamehameha-Alte. Und das Bauen wurde kurzzeitig aus dem Spiel entfernt, was den ganz normalen frischen Wind verpasst. Doch die Interesse an Fortnite sank immer mehr. Und heute erinnert man sich gerne an die Zeit zurück, in der man nicht auf den Mars flüchten musste, um sicher von Fortnite-Tänzung zu sein.